Na, wie fühlst du dich jetzt, Halver? Ohne deinen geliebten Vicky. Halver! Was heißt denn hier Halver, hä? Wir sind so froh, dass mein Papst das Lösegeld für uns bezahlt hat. Ha, ha, ha! Wie einfältig! Glaubst du wirklich, ich lass dich frei? Nur weil dein Papst im Jahr sein Gold gegeben hat? Ha! Wir wollen doch mal sehen, wie viel hier drin ist. Komm, Schatzielein, Schatzielein! Hm, ah! Oh nein! Bebetet, Jura, hör auf mich nicht! Was war das? Hm, ich bin nur ein armer, flacher Stein. Das hab ich nicht verdient. Ist jemand da drin? Ich hab's! Ja! Snorre, ich weiß, wie wir die Piraten ablenken können. Pass auf! Hey, alles klar! Ich sag euch, unser Käpt'n hat das Gehirn eines Regenwurfs. Hm, wer hat das gerade gesagt? Hä? Pucka! Der hat doch weniger Krips als Seekrass. Ja, wer war das? Ich nicht. Ich war das nicht. Ich glaube, das war er. Hm. Wieso sagst du mit dem Finger auf mich? Ich war das nicht, du Spitz. Stolper, find uns los. Hey, hier! Ulster, Ulster! Hier, jeder von euch nimmt ein Horn. Papst, eine brauchen wir auch. Ja, klar. Hört auf! Ähm... Chef, die Gefangenen. Oh! Was? Wo sind sie? Such diese Wikinger! Sollen wir sie verfolgen, Käpt'n? Sie soll bleiben, wo der Pfeffer wächst! Ich hab' ihr Gold, das reicht mir! Oh nein! Die Steine kannst du super übers Wasser hüpfen lassen, Sven! Oh nein!